Hallo, das ist Dose-Nir. Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Machine for Pigs. Ich wusste gerade alles nachspielen, weil mein Speicherstand weg war. Ich habe mich trotzdem mehrmals wieder erschrocken und bin zusammengezuckt, aber hey. Ist ja nicht so schlimm, ne? Wart ja nicht ihr, war ja nur ich. Warte, was soll ich denn jetzt hier im Ba- Ich verstehe. Hallo, Badewanne. Oh. Tschüss, Badewanne. Jetzt bin ich wieder hier in so einem Hinterraum. War noch letztes Mal schon sowas. Warum hat der das in deinem Haus? Ich verstehe das nicht. Wofür braucht man sowas? Nun gut, drehen wir das hier. So, der Druck ist abgefallen. Was ist das? Kann ich aber nicht rein, ne? Was ist das da unten? Ich sehe so gut wie nichts. Moment. Was ist das? Das sieht ekelhaft aus. Das sind Mäuse. Warte, das kann ich gar nicht aufmachen, ne? Ich muss da irgendwie... Muss ich da runter? Und rein komme ich da zumindest mal nicht. Okay. Gut, gehen wir wieder zurück. Vielleicht hat sich ja was geändert. Wee. Das hört sich zumindest anders an. So elektrisierend. Ach, habe ich den Strom angemacht? Äh. Wieder so noch. Hi, da vorne ist doch jemand. Naja, nicht so schlimm. Ist es hier? Ich weiß nicht, wie du das kannst, Mendes. Wann scheinend kannst du's? Uh, ein Brief. Oh, Salih im Puppenhäuse. Des Nächsten sie kommt, sie schnüffelt und sucht ihr süßes Schnäuzing ganz unten beim Huf. Und ihre Locken sind blond, die flugen himmelblau, wie ein halb begrabener Hand im eisigen Schnee, wie eine Hand im eisigen Schnee. Und sie bettelt um Äpfel durch den Fensterspalt, das Gesicht ganz verborgen, doch mit Flugen wie Feuer. Auch wenn dich ihr Busen lockt, ach so wunderschön, sie schnappt dich und fängt dich und isst dir dein Herz. Drum benimm dich, benimm dich am Abend vom Jahr. Sonst kommt Salih und holt Äpfel, dann hüt dich Gefahr. Vor mancher Tür steht Böses, du musst dich besinnen. Glaub du deinem Vater, lass es nicht nach innen. Unfolgsame Kinder kochen Salih ihr Essen. Laden ein, sie zu Salihs garstigen Fressen. Ja, ich hab sowas auch immer in der Schublade rumliegen. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Ja, wie viele Weinflaschen hast du in deinem Haus, ganz ehrlich? Du bist Alkoholiker, meint das. Du musst Alkoholiker sein. Du bist eine komische Uhr. Jetzt soll ich nach da hinten hin, ha? Nach da hinten hin, vor allen Dingen. Ja, da ist nichts. Bestimmt ist hier irgendwo die schreiende Tür. Ich hab sie nämlich nicht entdeckt beim Nachspielen. Warte, ich bin jetzt doch schon wieder hier. Was soll ich denn schon wieder hier? Was? War schon immer Feuer im Kamin? Ich weiß es nicht. Die Schritte, sie sind zu schwer. Kannst du da raus? Wo soll ich denn hin? Soll ich wieder hoch? Nein, ich muss doch in den Keller, wurde mir gesagt. Moment, was? Wo soll ich denn hin? Toll, jetzt irre ich durch das Haus und hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Kann wenigstens creepy Musik da sein? Nicht nur creepy Geräusche? Nein, scheiß drauf. Ich will keine creepy Musik. Creepy Geräusche reichen. Kann ich jetzt hier durch? Hier konnte ich doch. Nein, immer noch nicht, ne? Hier kann man anscheinend nicht durch. Verdammt, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Sollst einfach nur ein Tagebuch dann kommen. Aufmachen. Moment. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Jo. Das ist ja mal wieder fantastisch. Warte, das Tor ist jetzt zu? Ernsthaft? Kann ich mir mehr so rumgehen? Warum nicht? Muss ich dafür jetzt durchs Haus laufen? Klar, sperr mich aus meinem eigenen Hausdurchgang aus. Ist klar. Spiel. Ach, das war die Schreitür. Verstehe. Ah, jetzt hab ich mich wieder erschrocken. Mann. Verdammt, wo muss ich... War es hier schon im Offen? Ja, es führt nur wieder zu dem Dienstzimmer, ne? Ach ja, den hab ich vergessen anzunehmen beim Nachspielen. Ach ja. Ja, drum hab ich doch wieder angemacht. Was muss ich denn jetzt noch machen? Hm. Ich bin bewaffnet. Mit einer Billiarkugel Nummer 7. Ist das Blut oder Wein? Oh, da liegt eine Notiz. Ich muss einen Besuch empfangen. Den angesehenen Professor... Er soll noch mal lange... Ach so, nee, das hab ich schon mal gelesen. Oder? Nee, doch, das hab ich schon mal gelesen. Ist okay. Okay. Aber was muss ich denn jetzt noch machen? Nein. Hier war ich ja. Hab ich ja betätigt. Bin ja hier lang gegangen. Den Schalter auch benutzt. Was soll mir das jetzt bringen? Ich komme hier ja nicht weiter. Weiter. Ich kann hier ja nichts machen. Nichts. Ich kann den Schrank hier nicht aufmachen. Ich kann dich bei den Besen benutzen. Was ist das da unten eigentlich? Sieht dreckig aus. Nein, bleib mal offen. Ich komme da echt nicht rein, ne? Hm. Bäh, 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 bäh. Ist das? Nee, auch uninteressant. Soll es Blut, ne? Ich kann hier auch nichts nehmen und da reinschmeißen. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Verstehe ich es wirklich nicht. Hm. Hm. Gehen wir zurück. Wollt. Ne? Das ist auch nichts interessant. Was soll ich denn tun? Jetzt hänge ich schon. Ganz klasse. So, und jetzt? Jetzt ist das wieder versteckt toll, nicht? Musst du nochmal Dampf ablassen, Mendes? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hat er gerade was? Oder hast du einfach nur geflackert? Mir erschließt sich nichts. Hier habe ich auch schon eine Notiz hergeholt. Das waren jetzt aber nicht meine Schritte. Ach ja, hier geht's nur raus. Das bringt mir auch nichts. Nee. Nee, ist auch zu, das Tor von der Seite. Hm. Hier bin ich wieder im Billardzimmer. Verdammt! Ich habe echt ein Problem. Ich kann nochmal, wo ich hin muss. Tick. Tack. Die Tür will überhaupt nicht aufgehen. Ich werde hoch, muss ich gar nicht mehr. Hm. Nein. Was ist hier? Tür, die ich nicht benutzen kann. Okay. Ich kann die Tür einfach mal nicht benutzen. Oh, lololololololololol. Das Haus hier knarzt. Das ist uncool. Wie ich hier oben auch einfach nichts mache. Wo muss ich denn hinspiel? Gib mir mal einen Tipp. Hinweis. Ein Flutzel-Plutzels. Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt immer nur an einer Tür geruckelt. Ach gut. Wenn die eine zu ist, ist die andere auch super logisch. Was ist mal ernsthaft? Wo muss ich hin? Ich habe doch keine Ahnung. Das führt mich ja nur wieder zum Bildjahrzimmer. So. Ganz klasse. Wow. Hä? Toll. Das wird eine Folge fast ohne Erfolg. Ist ja klasse. Okay. Warte. Die Tür. Die hat mich nur angeschrien. Den kann ich nichts mehr machen. So. Längst du schon immer da? Und hier kann ich auch nicht... Was? Spiel. Was willst du von mir? Ich muss mir eine Waffe mitnehmen. Ein paar Bilder mitnehmen. Aha. Hallo, ausgestopfte Tierchen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So uncool. Das sieht creepy aus. Trotzdem uncool. Alles. Weil wenn man nicht weiß, wo man hin muss, ist das uncool. Die Türen kann ich ja nicht aufmachen. Die sind ja... Beschlossen. Ich wurde ja wieder hier zurückgeleitet rein, theoretisch. Ja, Schritte ist okay. Ich höre euch. Nein, was soll ich denn machen? Ich kann hier nichts machen. Wirklich nicht. Wie weit diese Köpfe hier rumliegen, ne? Ich kann nichts machen. Da, ich loche ein. Siehst du? Oh, ich habe eingeloggt. Ich lasse da noch. Was will der Spielentwickler von mir? Oder was wollen die Spielentwickler von mir? Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe eine Idee. Wird mir wahrscheinlich nichts bringen, aber... Ey, wo ist mein... Da. Hey, hier geblieben, kleiner Ball. Hier geblieben, kleine Kugel. Kugel, Kugel. Schmeiß dich jetzt da runter. Warum? Nun, weil ich es kann. Vor allen Dingen, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Kugel. Jetzt liegst du da. Weil du nicht dafür bestimmt bist, auf der Textur. Okay. Moment. Huch. Falsch abgebogen. Moment. Ich werfe dir jetzt einen Stuhl runter. Hat das wohl funktioniert? Meerstuhl. Ich muss unbedingt Krach und Verwüstung anrichten. Soll es sich nicht verkeilen? Genau, runter. Bringt auch nichts. Ja, aber was ist, wenn ich den da runterkomme? Ja, geh einfach wieder zu. Ach, kacke. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Der lässt mich ja auch nicht durch. Lässt mich auch nicht durch. Ich bin auch nicht von der Seite. Oder? Na komm schon. Ich muss ja doch irgendwo durch können. Was zur verdammten... Ah, ich weiß nicht weiter. Aber es passiert mir ja öfters, ne? Das kann ich auch nicht mehr drehen, ne? Nö, ist fest. Nein, oh. Wir kommen nicht weiter. Weil ich so durstlich bin. So durstlich, 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 durstlich bin. Dam, da, dam, da, dam. Geht. Es zieht. Mach die Tür zu. Dam, da, dam, da, dam. Da, dam. Ach so. Es zieht. Mach die Tür zu. Meine Orientierung, ne? Für den Po. Wirklich, was soll ich denn machen? Ich kann hier nichts machen, oder? Du lässt mich das nicht bedienen, du lässt mich das nicht bedienen. Du lässt mich gar nichts bedienen. Lässt mich nicht mal den Hammer aufheben. Das lässt mich auch nicht mehr bedienen. Hä? Was soll denn das? Ach, Spiel. Was soll denn das? Gut, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.